Ich bin gelernter Werkzeugmacher. Ich war lange Jahre tätig im Maschinenbau. Die historischen Wurzeln des Handwerks haben mich immer schon fasziniert und interessiert. Und so habe ich mich auf die letzten Berufsjahre jetzt entschlossen, mein langjähriges Hobby hier umzusetzen. Ein wesentlicher Aspekt im Kunstschmiedebereich bei modernen Arbeiten und eigenen Entwürfen ist die freieinige Gestaltung. Und dem Eisen die Form aufzuzwingen, die man sich vorstellt. Bei historischen Restaurierungsarbeiten ist es faszinierend, die Arbeitsgänge der alten Schmiede nachzuvollziehen. Dieser Beruf hat nach meiner Ansicht durchaus Zukunft. Aber es kann sich nur ein kleiner Kreis von hochqualifizierten Handwerkern hier in Deutschland halten. Man muss bereit sein, überregional tätig zu sein. Man muss bereit sein, überregional tätig zu sein. Man muss bereit sein, überregional tätig zu sein.